Sie kämpft unermüdlich. Vor dem Krankenhaus in St. Petersburg will Ella Polyakova Zutritt zu verletzten Soldaten. Doch die Armee hält sie davon ab. So prangert sie immer wieder brutale Übergriffe in der russischen Armee an. Bilder wie diese zeigen, wie Soldaten von ihren Vorgesetzten gequält und misshandelt werden. Solange bis manche sterben oder in den Selbstmord getrieben werden, erzählt sie. Das sei auch in ihrem Freundeskreis passiert. Ich habe zwei Söhne, aber sie haben diese Dinge nicht erlebt. Dennoch habe ich das allgemeine Verständnis gehabt, dass jemand etwas für diese jungen Menschen im Rekrutenalter tun muss, denn das hat keiner gemacht. Derzeit suchen sie immer mehr verzweifelte Mütter auf, deren Söhne in der Ostukraine gefallen sind. Und das, obwohl der Kreml eine Beteiligung russischer Soldaten an dem Ukraine-Konflikt bis heute dementiert. In dem Büro der Mütter von St. Petersburg kümmert sich Ella Poljakowa heute um den Fall einer Mutter, deren Sohn im Einsatz gestorben ist. Und zwar in der Ukraine, wie sie von seinen Kameraden erfahren hat. Der Totenschein ist merkwürdig. Da steht kein Ort drauf, an dem er gestorben ist. Die Mutter wird also nicht als Opfer anerkannt und bekommt daher keine hinterbliebenen Rente. Wie soll sie beweisen, dass er in einem nicht erklärten Krieg gestorben ist, obwohl seine Wunden darauf hindeuten? Für dieses Engagement wurde die 74-Jährige heute im Landtag in Wiesbaden mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet. Sie sei die wichtigste Ansprechpartnerin für russische Familien, die den Kontakt zu ihren Söhnen in der Armee verloren haben. Die Rede sollte Gernot Erler halten, doch der war heute verhindert. Seine Laudatio trug Karl Staatssacher vor. Ihre Ziele haben sie stets fest im Blick und sie arbeiten mit großem Engagement darauf hin, den Frieden und die Menschenwürde. Die Soldatenmütter von Petersburg und insbesondere sie stehen für Demokratie, für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit und für Gewaltverzicht. Ihre Arbeit ist gefährlich. Die Soldatenmütter von St. Petersburg werden von der russischen Regierung als ausländische Agenten geführt. Sie gelten als Spione. Wenn die Organisation finanzielle Hilfe aus dem Ausland annimmt, bekommen die Mütter noch größere Schwierigkeiten. Lange haben sie deshalb diskutiert, wie sie mit dem Hessischen Friedenspreis umgehen sollen, denn der ist mit 25.000 Euro dotiert. Wir haben entschieden, dass wir es annehmen. Ja, das Geld wird auf ein persönliches Konto von mir gehen und ich werde es für einen konkreten Menschen als Hilfeleistung verwenden. Ganz oder teilweise. Aber nur für einen Menschen, nicht für unsere Organisation. Doch für Ella Polyakova ist es eine große Ehre, diesen Preis zu erhalten. Denn er bestärkt sie darin, weiter zu kämpfen. Für die Soldaten und für mehr Frieden in Russland.